Musik Kinder sind die musikalische Zukunft unseres Landes. Die Verleihung der Goldenen Note wird 2020 in ORF 3 zu sehen sein und fördert genau diese Ausnahmetalente. Die Goldenen Note ist ein jährliches Förderwettbewerb, wo sich die talentiertesten Kinder Österreichs von 5 bis 16 Jahren bewerben können. Und dieses Jahr ist es für Cello, Violine und Piano. Viele von uns vergessen diese echte Freude, diese ursprüngliche Freude, die das Wurzel von warum wir sind Musiker gekommen. Und bei dem Jungen sieht man immer das. Was habt ihr denn gespielt, Leute? Beethoven Trio, T-Moll. Dritter Satz. Oder erster Satz. Nein, erster Satz. Dritter Satz. Erster Satz. Okay, dritter Satz. Erster Satz. Das ist wirklich sehr beeindruckend und ich weiß auch mit wie viel Arbeit das verbunden ist. Ich habe selber mit 5 Jahren begonnen Geige zu spielen. Ich finde es so toll. Ich bin auch so stolz sie zu treffen. Sie ist eine tolle Pianistin. Ich hoffe wir werden bald zusammen auf der Bühne stehen. Danke. 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 Danke.